Das ist ein Clown, ne? Das ist gut. Das ist super. Das war gut. Ich wollte euch eigentlich nur das Kostüm zeigen. Das ist super das Kostüm. Das ist super geil. Willst du das anziehen statt des Hemdes, ohne was drunter? Ist da was drin noch? Ist noch was drin? Eins. Ein Ding. Ich stelle mich einfach so zu euch. Ich guck weg, wenn es okay ist. Ja, ist okay. Hanna! Äh... Das war...